Jetzt kommt der Raum, den ich... Nee, noch nicht. Es ist jetzt. So. Mir kommen auf jeden Fall erstmal die skruten Skelette, wir haben. Der Freund und Helfer von uns allen. Und die Skelette mit dem Pailchen. Jetzt kommt der... Ach nee, ist er auch nicht. Ist auch erst der nächste. Wieso kommen die Räume eigentlich nicht dann? Baa. Ich mag die Sennen immer noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, was die machen. Ich will es aber auch ehrlich gesagt nicht rausfinden. Weil das dann nach Skelette kommen, das gefällt mir nicht. Im Zweifel spießen die mich dann auf. So. Lass uns mal ein bisschen hier beschleunigen. So, und gleich kommt der Raum mit den Tischen. Und ich hab keine Ahnung, wie ich den überstehen will. Ach nee, erstmal kommt diese Erke. Und ich hab keine Ahnung, wie ich den überstehen will. So. Um das jetzt mal klarzustellen. Hier kommt nämlich nicht der Boss. Ah. Man kann sie doch kaputt machen. Wollte nämlich letztens irgendwie nicht. Boah, Tanzpaare. Ah, Tanzpaare. Die kann man doch, die kann man zum Glück auch kaputt machen. Es gab mal, glaube ich, ein Kesselwinia, da konnte man das nicht. Und ich hoffe, dass das hier nach der Boss kommt. Tanzpaare. Uh, ah. Yes. Nee. Und es sieht nach Boss aus. Ohne alles. Na super. Ach stimmt. Hier kommt, glaube ich, das Tanzpaar. Eine kleine Pause. So, und da bin ich wieder nach meiner kleinen Pause. Ach du Schreck. Und wir dürfen natürlich noch mal ganz uns hin anfangen. Wie war es denn? Wie war es denn auch anders zu erraten? Gut, hier können wir aber ohne Schaden eigentlich. Geht alle kaputt. Alle, alle, alle. So. Schön, dass das jetzt ist. Wir wissen zumindest, wer der Boss ist. Das soll schon mal anfangen. So. So. Es ist ja auch 900 Waffe oder so gibt. Das kannst du mir nicht vorstellen. So. So. Ja, noch eins. Sind da zweite weg? Ja. Ja, drei. So. Damit sind die auch weg. Das war völlig Sinn, du Zombies. Ich glaube, wo war noch eins, das weiß ich. Da. So, das dürften jetzt alle gewesen sein. Das Leben gibt es bestimmt nicht noch mal, oder? Doch. Cool. Wir können ab hier nicht mehr sterben. Das ist praktisch. Ich kann mich nicht vorstellen, dass es hier nirgendwo arm was geben soll. Keine Vergefaffung ist. Na, ich wollte mich noch bücken. Na, zwei. Jo. Ein nebenhanden, Mann. Na, ja. Ich will nicht, wie er runter wird. Wie kommt sie da rauf? Hm, hm. Auf jeden Fall noch mal da hinlaufen. Nee. Auf jeden Fall können wir nicht sterben, weil da hinten gibt es immer wieder neben uns. Da sollte ich eigentlich immer hinkommen. Und wenn nicht, hab ich ein Problem. Glaubt mir, ihr wisst ja, was passiert, wenn die Tische lebendig werden. Also. So. BAM. BAM. Wieso haben nicht die Herzen eigentlich? Sie bringen mir ja eh nix, weil... Kommen wir. Los. So. Ist da was? Weg mit euch. Na, ich hab nicht aufgepasst. So. So, wo war er? Wo war er? So. Aber es soll uns ja nicht weiter stören. Hopp. Und wir in den Meer. Was für mich ja sehr praktisch ist, weil so kann ich zumindest nicht mehr hier sterben. Bis ich die besiegt hab, so ein bisschen. Geht weg. Ich glaub, die hatten aber zwei Formen. Nicht? Na, hör doch nicht. So. Wir gehen nächstes Mal dahin. Hey. Guck mal, hier, der Gegner am Anfang. Gut, wir sehen uns dann nächstes Mal bei Superkästevene an dieser Stelle wieder. Bis dahin, Leute. wer